Ihr Video war eine große Hilfe. Mit der Bildaufbereitung konnten und haben wir. Das war's. Oder hast du entschieden, wenn du sie nicht haben könntest, dass niemand es nicht konnte? Es sollte nicht... Es sollte nicht so sein. Ich hatte keinen Weg, zu wissen, dass diese schlussenden Basterde ihre Brüder ausführen würden und in das so zu kommen, sie mit ihr und ihr Mic und der Mic-Stand. Verdammt. Aber sie liebten sie mehr als Kathy, nicht wahr? Sie wollten Andrea zu gewinnen. Sie? Wer? Jill Wild? Ja, nicht Andrea. Andrea war... Sie hatte mehr Klasse als das. Sie war gut, zu gut für den Trenn, zu... zu gut für mich. Okay, so Kathy dreht sich wie Andrea für ein bisschen Roll-Play in der Hände. Dann Kathy erklärt, wie du es alles kannst. Juste ein bisschen Elektrische und holen Andrea aus dem Spiel. Es sieht nicht aus wie Kathy auf dem Spiel. Es ist sie, okay. Sie sagte, sie hat eine Memo in Eddie's Studio über die Rüge gegen sie gegen sie. Sie wussten, dass ich in einem schlechten Weg über Andrea war. Also, sie hat mich angefangen, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie die Band servisieren würde. Sie hat Andrea's Kleine, und hat eine Wig, und es war so, wie ich immer träumte. Und Kathy sagte, es wäre so, wie ich mich immer für mich, wenn sie gewinnen. Sie macht mich fühlen, wie ein Winner für einmal. Ich habe nie gedacht, dass sie die Bösen nicht verhörten. Suddenly, sie nehmen ihre Schenze, wie Andrea, und ich konnte es nicht verhörten. Es war total accident, ein Niveau, in der Fronten, in der Fronten, in der Mitte. Ja, sie könnten sein, aber ich liebe ihre Musik, und sie waren mein Leben für mein Leben, für so lange ich kann erinnern. Ich wollte nur in einem Ort, wo sie würde ich mich, wo sie haben, wo sie mich verhörten. Go ahead, arrest mich. Ich verdere es für stupidity. Aber du musst sie, sie verhörten sie. Kathy ist die evilin. Look, that jet is mic'd to record audio for the TV show. There's a drawer just under the TV bar on the plane, where the daily tapes are stored. You're gonna find tape 23 real interesting, especially about three hours in. Oh, man. Das heißt mit meiner Grundvermutung, Kathy sei die Mörderin, war ich gar nicht mal so falsch. Sie ist die Drahtzieherin. Sie ist vielleicht nicht konkret die Mörderin gewesen, aber sie hat das alles, sie hat das alles in die Wiege geleitet. Andrea war die Gute und sie war die Böse. Meine Güte. Oh, Mann, 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 Mann. Hören wir uns das mal eben an. Alter. Das ist das, was du willst, nicht wahr? Das ist das, was du träumst. Ich bin die träume von ihr. Und du kannst das träume any time, Baby. Any time. Wenn du das Schmerz, das ist das, was du dir die Zeit geben. Und ich werde sie für dich. Für die Band. Und sie werden dir nicht mehr wundern. Nicht wenn du die Manager bist. Mach es. 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 Das ist die Geschichte. Er wurde zuerst in den Pechel-Pedal. Was für eine Ferkelei. Boah. Ich meine, ab wie vielen Jahren war das Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das in dem... Also das muss doch dann mindestens... Ja, ab 12... Weiß ich nicht. Allein für die Szene würde ich schon fast sagen, dass das schon nicht mal ab 12 freigegeben werden kann. So. Ja, die Stimme hat über... Hallo? Wollt ihr mich veräppeln? Ach. Was? Ach, ich habe das falsche Ding gemacht. Ja. Ein Haftbefehl für Kathy. Vier Verdächtige, fünf Plätze und ein unglaublich verzwickter Fall, wo immer es hin und her ging. Ah, der ist eigentlich der. Nein, doch der. Und vielleicht ist doch der der Mörder. Oh, meine Güte, wie unglaublich cool. Ich glaube, von allen Fällen, die ich in allen Spielen gespielt habe, ist das tatsächlich mein absoluter Lieblingsfall jetzt geworden, weil der einfach so unglaublich verzwickt ist und von diesem typischen 3-verdächtige, 4-Tat-Ort-Schema-F-Gedönse komplett abge... Also komplett abseits war. Ich hätte gerne ein Haftbefehl für Kathy Contenta. Oh, mein Gott. Todd Hinclay hat die Morde gestanden. Und er hat dich erwähnt, als eine Befehlung. Ich bin nicht froh, dass Todd zustande war, aber du besser gedacht, dass du wiederholst, um mich zu erinnern. Das Lundin war alleine. In der Fall, es war ein Duett. Und wir haben eine von deinen Spirited-Gedächtungen auf dem Tape. Verröse, wie viele notes es dir braucht, um das Tone zu nennen. Just do it. Do it. Rig the pedal. Smart man like you. Es ist einfach. Use die Schematik. Du kannst es herausfinden. Das ist nicht ich. Das ist Andrea. Ein Faximile von Andrea. Aber Forensik Voice Analysis confirms die voice ist dein. Nein, das ist nicht ich. Du möchtest singt eine andere Tune nachdem du hörst unsere Rendition. Todd hatte eine große Yen für Andrea die Band für ihre neue Liedsinger. Sie hat Todd gebeten. Und du stepped in. Helft ihm live out his fantasy. Und in der heat of that, you offered ihm so much more. A position of respect with his precious train. All he had to do was arrange an accident for Andrea. The woman who spurned him. Plus help pin it on Eddie. Eliminating him from the show before he could eliminate you. You downloaded and printed the Echo Pedal schematics on Eddie's computer so Todd could alter it. You sold Todd by plying him with the loving attention Andrea refused him. You removed the competition. And a bonus track. The band that spurned you. You become train's last lead singer with those train tracks in the can and go on to a high profile solo career. Sweet. I want a lawyer. You people are trying to railroad me. Well that's a new one Kathy. What do you mean? First time I heard you sing the blues. Well those hard rock and dinosaurs may have had careers near extinction. But they and the young and talented Andrea just didn't deserve to meet Elvis so soon. On the flip side Kathy and Todd only have one song to sing from now on. The jailhouse rock. Good working with you. Wow. Dabei wirkte sie so nett. All right. Here's your evaluation. For evidence you found everything there was to find. For hints you didn't need any at all. And at the end of the day you followed the evidence to a clear conclusion. I can't argue with that. Outstanding work. You've investigated every possible angle on this case. I'm giving you the highest mark available. Doesn't happen often but I'm very impressed. And by the way thank you for all the new specimens you found for my collection. I'm recommending you for an extra bonus. Great hunting. Er sagt immer das passiert nicht häufig. Das ist jetzt schon zum dritten Mal am Stück passiert mein guter. Oh yeah. Das äh wir rocken das Haus ja ordentlich. In deinen Augen ist der nächste Fall der uns beim nächsten Mal erwartet. Heute haben wir dafür das ganze durchgepackt. Rock Shock hat uns elektrisiert. Oh ho ho. Hast du ein Wortspiel. Äh abschließend muss ich sagen ey sie wirkt echt eigentlich total nett und sowas und echt unschuldig aber da sieht man wieder hinter so einer Fassade kann sich echt ein Monster verstecken. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ihr habt Spaß mit dem was ihr so grad zockt. Dieser Fall hat definitiv mir Spaß gemacht und allein für diesen Fall hat es sich gelohnt diesen Teil der Reihe als allerletzten zu spielen. Der hat mich völlig aus von Socken gehauen. Ähm ja was gibt's noch zu sagen. Ähm falls ihr Infos zu mir und meiner Person wollt einfach immer auf Facebook bisschen mitverfolgen und reinschnuppern. Da werden immer ein paar kleine Sachen die so anstehen oder was grad so abgeht erwähnt weil ich bin einfach noch nicht so der Twitter Mensch und in Facebook bin ich da noch eher dran weil ich da ja auch immer die Folgen Infos rein poste und sowas. Und ansonsten sage ich Cheerio the King has left the building. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme Session von CSI. Harte Beweise nein jetzt war ich bei Hard Evidence ähm bei dem englischen Titel und ich habe tatsächlich jetzt gerade ein wenig den deutschen Titel komplett aus dem Gedächtnis gelöscht. Ähm ne der der ist der ist raus Sekunde kann ich kann ich gerade eindeutige Entschuldigung eindeutige Beweise natürlich das war eigentlich auch eindeutig. Ja wir wollen uns heute mit dem vierten Fall beschäftigen vielleicht sogar mache ich durch dass wir den fünften in einem Rutsch dann mitnehmen. In deinen Augen sehe ich den vierten Fall auf uns zukommen. Ich muss aber sagen ich habe ja noch gar nicht mir die Statistik von Fall 3 beim letzten Mal angeschaut das ist ja ganz ganz böse was ich doch gemerkt habe. Ähm beste Bewertung und aktuelle Bewertung damit ist Meister natürlich haben wir null Tippfragen benutzt haben 38 Beweise gesammelt 5 von 5 Insekten und wie immer ein Gründlichkeitspunkt wurde uns nicht zugeschrieben. Obwohl wir uns alles angeguckt haben aber das ist ja das ist ja egal das ist ja völlig völlig Humbug als ob uns da irgendwas gutgeschrieben würde. Und deshalb wollen wir uns jetzt hier natürlich Fall 3 alle Sachen mal anschauen schon ein bisschen makaber Storyboards Ja für euch habe ich natürlich lauter gedreht für mich war es leise wie sonst was. Ah die originalen Konzepte Shane Michaels Shane Michaels hatten wir ein Shane Michaels ich kann mich wer oder was war Shane Michaels kann ich mich nicht daran erinnern und jetzt natürlich die Trailer. Und dann k Premierscheideot drauf. In the new CSI Video Game. Hard evidence. A murder that needs to be seen. To be believed. A high profile eye surgeon was beaten to death. Got only one witness. The victim's wife. A blind woman. You and the CSIs bring suspects to light. His business partner. Disgusting little creature. Exposing a dark family secret. Please listen. Are you seeing something that we're not? Without a true eyewitness. It's a shot in the dark. Verdammt, das war der Trailer für den nächsten Fall, ne? Das war, glaube ich, haben wir den Trailer uns... Ne, genau, wir schauen uns eigentlich immer die Trailer nach. Ach Mist, ja gut, jetzt der richtige Rockshop-Trailer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017